Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Guide für den neuen Mildruiden, der mit der Erweiterung möglich geworden ist. Wir gucken direkt mal in das Deck rein, wie das aufgebaut ist. Als erstes Kreislauf der Natur, ein Mana vernichtet einen Diener, egal was der hat, ob der Gott Schild hat oder nicht, und euer Gegner zieht zwei Karten. Was normalerweise ja einen Nachteil irgendwo darstellt, hilft uns hier enorm, sein Deck auszudünnen. Und eben, das ist gegen Handlocks, wenn dann ein 8-8er relativ schnell liegt oder was auch immer. Ein Deathwing ist total egal, wird einfach weggemacht. Zorn, ganz einfach für die Aggro-Decks am Anfang, um eben irgendwelche starken Dreier-Bodies oder Einer-Bodies wegzukriegen und dann noch eine Karte zu ziehen. Der junge Braumeister spielt die Rolle, also hauptsächlich zusammen mit dem Tiefenlicht-Orakel. Das spielt man aus für drei Mana und am besten macht man das frühestens erst in der fünften Runde, weil dann kann man für zwei Mana den Braumeister hinterher schmeißen und zieht sich das Orakel wieder auf die Hand und hat nochmal die Möglichkeit, den auszuspielen, also kann mit einem Orakel einfach mal vier Karten ziehen. Beim Gegner natürlich auch. So, und wir wollen ja millen. So, dann heilende Berührung, zweimal rein, acht Leben. wird erst, entweder wenn es halt kritisch ist oder sehr spät nach der großen Überraschung, wenn wir nämlich neun Mana zusammen haben und fast tot sind, dann hauen wir einen Baum des Lebens raus und sind einfach zack direkt wieder komplett voll und danach fange ich oft eigentlich erst an mit den heilenden Berührungen und lasse mich bis dahin ruhig droppen und einfach nur Minions traden. Gar nicht, dass den Gegner selber angreifen, sondern einfach nur die Minions effektiv traden, weil das Gesicht macht ja keinen Sinn, wenn wir nachher irgendwann einen Baum des Lebens benutzen und der wieder voll ist. Deswegen immer einfach nur auf die Minions. Ihn ruhig auf unseren Helden direkt angreifen lassen, stört uns eigentlich wenig. Also, die Hüterin des Heinz ist auch ne neue Karte, die mit der erweiterung Goblins und Gnome rausgekommen ist. Ganz witzig hier ist eben auch die zweite Sache, dass beide Spieler ne Karte ziehen können und für drei Mana und zwei Vierer, ganz ordentlicher Body, ist ganz okay, kann bei Aggro, trade it oft, 2 zu 1, also feine Karte. Die tanzenden Schwerter. Früher habe ich gedacht, oh mein Gott, aber jetzt hier in dem Deck macht diese Karte so viel Sinn. Also für drei Mana, für vier ist ja eh schon mal super Werte, direkt am Anfang. Runde zwei mit der Coin oder so. Da hat der Gegner schon mal erstmal ganz gut zu tun, das Ding wegzukriegen und die kann halt dann auch oft traden für zwei. Und viele haben da auch richtig Bock drauf, die Karte zu ziehen. Ist ja genau das, was wir wollen, also die kommt uns genau entgegen. Orakel habe ich gerade schon erwähnt, zusammen mit dem jungen Braumeister, gerne ab fünfter Runde. Die Giftsamen. Spielt man, wenn möglich, auch erst in der neunten Runde. Oder siebte, wenn man einen Anregen einbaut, habe ich auch mal eine Zeit lang gefahren. Im Moment spiele ich lieber mit ein paar dickeren Kreaturen da drin. Das läuft eigentlich ganz gut. Und die Giftsamen kann man dann in der neunten Runde spielen, egal was auf dem Board liegt. Es wird vernichtet. Die meisten Todesröchel-Effekte, wie zum Beispiel bei diesen Slutsch-Belcher, sind dann auch nicht so schlimm. Die hinterlassen dann 1-2er. Ist uns dann auch egal, weil die Kombo ist, dass direkt danach ein Sternregen kommt mit zwei Schaden auf alle Diener. Wenn wir was liegen haben, okay, ist das so, werden die Giftsamen meistens gemacht, wenn der das Board gerade richtig schön vollgeknallt hat. Er hat ja eine volle Hand. Lass ihn das ausspielen. Fress doch ruhig nochmal eine Runde Schaden, dass er noch mehr ausspielt, bis er da 5, 6, 7 Viecher auf dem Board hat. So, und dann zack, die Giftsamen, Sternregen hinterher, das ist so ein guter Trade. Zwei Karten für teilweise 5, 6 Karten. Das tut dem immer richtig weh. Prankenhieb, ganz klar auch für Aggro. Es gibt immer noch genug dieser Aufziehgnom oder der Liebergnom. Also viele Kreaturen, die eine Verteidigung noch haben. Ja, und die Vier dann halt auf irgendwas Dickeres, traded oft auch 2 zu 1. Also super Karte geblieben. Ist mit dabei. Der Hüter des Heinz, klare Sache, zwei Schaden kann bei Aggro auch echt helfen. Und dann hat natürlich der 2-4er Body, hilft auch ganz ordentlich. Ähm, aber vor allem auch das mit dem Schweigen, zum Schweigen bringen, kann extrem hilfreich sein. Ähm, jetzt nicht unbedingt gegen Spott, weil Spott ist echt uns, ist schon uns fast egal. Nur, ja, einfach irgendwelche Minions, die, die einen anderen Vorteil für den Gegner bringen, um die einfach wegzumachen dann. Vielleicht kommen wir gleich nochmal bei einem Testspiel dazu. Druid der Klaue, äh, super Karte. Ähm, entweder eben wahlweise Spott bei Aggro oder, ähm, ich hab auch oft schon genug den Ansturm gespielt und hatte, ähm, die tanzenden Schwerter auf dem Board, um einen, äh, Giganten, einen 8-8er von Handlock oder so wegzumachen. Also, Schwerter rein, Karte ziehen ist ja egal, äh, selbst beim Handlock ist das egal. Handlock ist sowieso unsere Lieblingsklasse, dagegen zu spielen. Dann Druid der hinterher und weg ist der. Loatep, ähm, immer wieder praktisch, bleibt auf jeden Fall drin. Einzige Alternative wäre, vielleicht, aber den hab ich nicht, der, äh, für sieben Mana, der Troxor. Aber eben halt auch sieben Mana und, ähm, der Gegner kann trotzdem Zauber machen in der nächsten Runde. Ja, Baum des Lebens schon gesagt und, ähm, dann ist da der Aufziehgikant, der auch ganz neu mit der Erweiterung gekommen ist und, ähm, ein weniger kostet für jede Karte auf der Hand eures Gegners. Super Sache. Also, bei Handlock kann man den teilweise für zwei Mana spielen, für das absolute Maximum. Ähm, synergiert auch, ähm, gibt's schöne Synergien hier mit dem Kreislauf der Natur, dass man erst noch für ein Mana irgendwas kaputt macht beim Gegner und sich damit zwei Mana bei dem Aufziehgiganten spart. Also, das Ding macht richtig Spaß und der macht auch richtig Druck. Klar, der wird beim Schamanen oft, äh, dann, ähm, gefroscht, aber so ist das halt. Genauso gut könnte man auch, wenn man den nicht hat, eben halt den, ähm, den Schlickspucker spielen, genau. Und, äh, der einzig, den ich jetzt gerade übersprungen hatte, glaube ich, ne, da war's, ja, das war noch der Spektrale Ritter. Den teste ich gerade aus, ähm, bin ganz zufrieden mit dem, weil viel von meinen, von Kreaturen eben, äh, removed wird. Und, ähm, ich ja nicht immer ganz zu viel auf dem Board hab. Alleine auch schon aus dem Grund, weil ich eben den Giftsamen alles wegmache dann nachher. Ähm, ich finde den Spektralen Ritter da gar nicht schlecht. Also, der kann, der kann ganz gut was bringen. Ähm, ansonsten Alternativen sind der Schlickspucker und, wer richtig Probleme mit Akku hat, mir hat die Monstrosität auch richtig gut gefallen. Äh, weil die allen Charakteren eben zwei Schaden zu füchten. Und nur blöd ist, wenn die gesilenced wird, ähm, und man den Effekt halt gar nicht irgendwie nutzen kann, dann ist die ziemlich overpriced für fünf Mana mit dem 4-4-Body. Ja, das war das Deck. Und ich würd sagen, einfach mal in die Ladder reingesprungen, mit dem Mildroiden und mal ein Spiel gemacht. Würdiger Gegner ist... Magier. Ja, unsere Endkombo auf der Starthand. Ne, brauchen wir später erst. Nicht am Anfang. Ja, ruhig direkt angreifen. Wenn der auf ein Leben runter ist, ist das ein schönes Swipe-Ziel. Das nenne ich Druck. Und das wird wahrscheinlich ein Gegenzauber sein. Das ist Druck. Ein saugeiler Start für ihn. Jetzt einfach alles nach vorne zu schmeißen, wäre aber Blödsinn. Ich kann die nächste Runde auch mit dem Hüter des Heinz kaputt machen. Gucken wir mal nach, was es ist. Ne, ist es nicht. Eisblock? Auch nicht. Ach, dann möchtet ihr, dass wir was ausspielen. Ne, Eisbarriere. Eisbarriere ist es nicht. Es könnte also nur noch Eisblock sein oder Spiegelbild. Der hofft wahrscheinlich, dass der was Geiles von uns bekommt. Der bekommt aber nur einen Hüter des Heinz, der zwei Schaden auf dein Ding macht. Ja, schenke ich dir. Gratulation. Wir sind auch gut dabei. 25 Leben, das läuft. Den könnten wir theoretisch selber wegmachen. Na, gib mir ins Face. YOLO-Face. Joa, macht das. Ah, Monstrosität. Schade, dass der Ernte-Golem. Das wird hier nicht. Oder ich greife den Ernte-Golem an. Ich überlege, wie ich gerade am meisten wegkriege. Klar, dann verschwindet auch meiner. Was ist denn schlimmer? Was ist schlimmer von euch beiden? Ja, Zigaraten. Ein Geheimnis. Und verlier deine Einheiten. Naja, wir sind noch gut dabei. Jetzt hat die ein bisschen ausgebremst. Was ist das jetzt für ein Geheimnis? Tja, eigentlich wäre jetzt ein Prankenlieb angebracht. Ja, dann hat er das gleiche Geheimnis zweimal einfach drin. Spiegelbilder. Gucken wir mal, was wir ihm gleich geben. Vielleicht einen tiefen Licht, äh, Orakel. Hier, 2-2 oder so. Jetzt möchte er sich vor Zaubern schützen. Was nicht ganz so gut ist. Aber wäre auch ein, perfekt, ein Braumeister. 3, 2, 5, 7 passt. Wir können Tiefenlicht-Orakel spielen. Ja, ja. Du kriegst eine Kopie davon. Den holen wir uns wieder. Und ich greife erstmal den Kleinen an. Für den Fall, dass das da oben unsere Zauber kaputt macht. Weil ich will mir natürlich nicht den Baum des Lebens oder so kaputt machen. Deswegen irgendwann gleich den Zorn spielen. Das wäre zum Beispiel ein gutes Zorn-Ziel. Ja, ziele ich durch dein Deck. Noch sind wir gut dabei. Möchte ich das jetzt schon triggern? Dann könnte ich ab nächster Runde Karten ziehen. Ähm, Baum des Lebens machen. Aber auf der anderen Seite macht er mir gerade mal zwei Schaden. Könnte auch einfach Druiden der Clown machen. Den weg. Das ist ein bisschen aggressiv, aber... Komm. Weg mit dem. Hätte ich auch anders machen können. Naja, mach dein Gegenzauber dafür. Nein, du kriegst uns aber nicht tot. Er denkt, er hat uns tot. Das ist der schönste Moment, den man haben kann mit neun Mana. Hi. Wie geht's dir? Lass uns doch mal von neuem anfangen, okay? Ich hab 30 Leben, du auch. Aber du hast 10 Karten, ich hab noch 16 Karten im Deck. Was war das, fragst du dich? Ich weiß es nicht. Du hast keine Geheimnisse mehr in deinem Deck. Haben wir gut ausgesaugt vorher noch. Ja. Dann zeig mal, was du hast. Du hast deine beiden Feuerbälle verbratzt. Und er denkt jetzt, was war das? Ich spiel mal meine ganze Hand aus. Ah, Sternregen ist nicht das, was wir wollen. Ist nicht, was wir wollen. Ich bin im Überlegen, den Schlickspucker selber zu machen. Das heißt, ich hätte noch 8 Mana über. Ah, 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 ah. Hm, dafür 8 könnte ich... Könnte ich auch in Tiefenlicht Orakel... Was will ich eigentlich machen jetzt? Eigentlich, äh, will ich so schnell wie möglich meinen Board Clear bekommen. Und ein Lower Tap hinterher. Eigentlich wäre schon fast egal gewesen, was ich jetzt spiele. Hauptsache, ich mache jetzt mal ein bisschen Druck. Das Tiefenlicht würde ich jetzt kaputt machen, aber wir haben noch eins und wir haben die beiden Braumeister da drin. Das ist nicht so schlimm. So, jetzt versucht er so viel wie möglich auf uns zu schmeißen, weil er weiß, er muss jetzt Gas geben. So, und wir könnten theoretisch auch einen Sternregen machen. Vernichtet den, den, macht den auf 1, den könnten wir selber machen. Bin mal so, nee, machen wir mit dem. Den machen wir selber. Ja, machen wir aber auch. Minions sind jetzt so schwach. Können wir auch selber machen. Und weißt du was? Ich schenke dir noch eine Karte. So, der hat noch 3 im Deck, 411. Das sieht gut aus für uns. Weil wir haben auf jeden Fall noch die beiden Heilungen drin. Und, ähm, ja, am Schluss ist es okay. Keine Geheimnisse mehr. Er hat ja keine mehr im Deck. So. Tut mir sehr leid, dass das jetzt passiert. Aber, der geht. Den machen wir selber. Ja, ich weiß. Deine Magie wird mich in Stücke zerreißen. Oh, was ist denn da los? Ey, das fing doch gar nicht an. Jetzt hat sich das Deck von seiner besten Seite gezeigt. Dann kamen die Karten genau richtig. Und noch eine Runde. Hexen-Meister. Handlock. Bitte Handlock. Auch wenn ich es ein bisschen wieder modifiziert habe. Und, ähm, zwei Karten, die gegen Handlock sehr gut sind, rausgenommen habe. Ist das trotzdem unser Favorite-Match-Up. Auf jeden Fall Tiefenlicht-Oracul auf der Hand behalten. Ein Kreislauf der Natur reicht. Ist jetzt halt passiert. Er macht schon mal gar nichts in der ersten Runde. Und dann sieht gut aus. Das sieht mir nach Handlock aus. Und das ist Handlock, ja. Zieht schön. So. Warum das Leben? Das haben wir dir direkt schon eine Karte geben. Wie viel hast du? Sechs. Hm. Mallegen, ob ich mir die Münze aufhebe. Ich will das nicht zu schnell machen, weil dann spiele ich ihm zu schnell in die Hände. Also. Wir haben Zeit. Er wird nämlich sowieso noch einmal normal ziehen. Bevor er ausspielt. So. Jetzt hat er acht. Er wird maximal eine ausspielen. Das heißt, wir spielen jetzt die Hüterin aus. Ich könnte ihn jetzt auch schon ärgern. Weil er neun hat. Ich tue mal so, als wäre es ein Fehler. So. Jetzt spielt er seinen Drachen aus. Ne, im Bergriesen. Ist egal, was er ausspielt. Ah. Er weiß. Sieben. Na gut. Das Sehenfeuer hat ihn jetzt gerade ein bisschen gerettet. Sonst hätte er direkt mal Karten gelost. Wobei. Ich lasse dich trotzdem Karten losen. Zack. Der kommt weg. Dafür werdet ihr büßen. Ich weiß. So. Du hast neun. Ich kann dich jetzt zwei Karten verlieren lassen. Oh. Das ist schon ein guter Trade. Aber. Ähm. Wir machen nur eine. So viele Karten kann er nicht ausspielen. Oh. Okay. Oh. Deine Hand ist zu voll. Nein. Wie kann das denn passieren? Du bist doch Handlock. Hast du nicht irgendwie 20 Karten auf der Hand oder so Maximum? Was machst du denn jetzt? Zieh doch mal ne Karte. Ja. Ich spiele einen Wächter. Und einen Schattenblitz. Da hast du zwei weg. Gut. Du hast ne Schattenflamme verloren. Also. Natürlich auf jeden Fall. Kreislauf der Natur wird aufgehoben. Ähm. Wir haben noch ein Orakel auf der Hand. Das macht Spaß. Lass ihn mal ruhig ziehen. Oh. War es wieder eine kaputt? Ich weiß. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Wir haben zehn. Wir müssen auf jeden Fall was ausspielen. Ähm. Ich überlege gerade was. Für drei Maler noch ein Orakel wäre. Eine schlechte Idee. Mein Gott. Ja. Der Zorn bringt eh nicht so viel. Können wir den noch auf den Wächter packen. Oh. Ah. Ein Bergriese ist kaputt. Das tut mir aber leid. Ja. Ich weiß. Sagen sie immer wieder die Handlocks. Dafür werdet ihr büßen. Was machst du denn jetzt? Zehn Karten auf der Hand. Willst du ihn sprengen? Willst du ihn angreifen? Willst du ihn heilen? Und bei mir ins Face. Hast du Angst vor dir, ne? Ich hab noch einen auf der Hand. Das ist richtig lustig. Ah. Was mach ich mit dir? Acht Karten auf der Hand. Also ich könnte ja... ein Prankengieb zum Beispiel machen. Und dann... Geht mir glaube ich ab einfach. Ja, wird gleich aber Zeit, dass wir mal ein paar Bodies hier aufs Brett schmeißen. Den Vierer wollte ich nur weg haben, falls er den doch noch springt. Wir haben noch so viel Leben. Wir haben quasi 60, 70... um den Dreh leben, also... Das musst du ja auch erstmal wegkriegen. Seelenfeuer bei mir ins Gesicht. Ist das geil. Und der Manipulator weg. Ja, der will seine Hand loswerden. Er hat Angst, dass er zu viel ziehen muss. Letzte von der Monstrosität. Willst du die haben? Hm. Ja, der Typ ist nicht lustig. Er ist ne Monstrosität. Und... Ich die Münze eh nicht brauche. Komm, hier. Kannst du noch ne Karte ziehen. Was machst du denn jetzt? Willst du ihn sprengen? Willst du ihn verstärken? Willst du ne Karte ziehen? Ja, zieh ne Karte mit weltlichen Ängsten. Er hat das noch nicht verstanden, das Prinzip. Machen den auch noch kaputt. Wie viele Karten hast du? Neun? Du hast schon ein Mana verbraucht. Wie viel kannst du noch ausspielen? In Zwiedigdrachen. Ja, davor hast du Angst, ne? Schattenblitz. Ah, er spielt ganz gut. Das ist der beste Handlock, den ich bis jetzt sehe. Und mir fehlt noch ein bisschen. Ich will nämlich eigentlich nicht den Kreislauf auf die... Watcher machen. Ah, wir haben noch so viel Leben. Weißt du was? Guck dir erstmal den an. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Du hast noch sieben Karten im Deck. Gegen 14. Und du ziehst noch welche. Verspreche ich dir. Sieben Karten. Was machst du jetzt? Zehn Nächsten ausspielen? Habe ich schon erwähnt, dass wir Giftsamen und Sternregen auf der Hand haben. Und neun Mana gleich. Es ist also total egal, was sie ausspielt. Und wir können das alles vernichten. Ich könnte mir überlegen, ihn zu heilen. Oh, ein zweiter Zwiedigdrache. Oh, das ist schön. Ja, was machen wir denn jetzt? Komische Situation, ne? Da will der Seele-Entziehen drauf machen. Noch ein Urhalter-Wächter. Aha. Das war ja interessant. Ich möchte noch nicht resetten. Weil mir das zu schön jetzt wird. Weil wir können den zum Schweigen bringen. Den können wir selber angreifen. Ja, ich weiß. Dafür werdet ihr büßen. Ich überlege, ob ich den angreife auch noch. Das ist nicht so viel Schaden, was der da hat. Der kann auch gar nichts machen und da sind vier Schaden. Also, wir sind auch sowas von safe. Wenn wir langsam bei 10 ankommen beim Handlock oder so, dann wird es langsam... Wobei, er kann ihn pumpen. Er kann ihm plus 4, plus 4, plus 4, plus 4 geben. Also, er kann ihn auf den 12er machen. Und den silencen... Uh, dann wird es sogar wehtun. Man muss ein bisschen darauf aufpassen, weil wir natürlich gut auch Karten in die anschmeißen. Sehr schön. Ja. Das habe ich mir fast gedacht. Perfekt. Das tut mir aber leid. Das ist so ein schönes Bild. Interessanterweise verschiebt sich das Spielfeld, wenn man das macht auf so viele Kreaturen. Weil, wenn man jetzt hier sehen kann, sind die Karten viel höher. Und bei ihm sind die weniger. Solange ich aber noch sehen kann, dass er acht Karten auf der Hand hat, ist alles gut. Ja, zieh noch eine. Neun. Der nächste wahrscheinlich. Ne. Eine Sonnenschützerin. Was wird das denn? Aha. Aha. Oh, da zieht man Karten, wenn er stirbt. Aha. Ja. Was machen wir jetzt? Sechs Karten. Du möchtest... Also, die Sache ist die. Man muss das nicht machen. Der zieht ja nachher auch Karten. Also, ich muss ihm jetzt auch nicht die Hand voll machen. Wenn die sowieso nicht kaputt geht, dann mache ich das ungern. Weißt du was? Ich gebe dir eine Monstrosität. Zum Spielen. Und ich heile mich. Und dann gucken wir erst mal zu, was du machst. Heilung wäre jetzt nicht unbedingt notwendig gewesen. Aber... Ja. Ich hätte da auch Baum des Lebens machen können, zum Beispiel. Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Einfach Baum des Lebens. Er greift mich an. Aber ich habe ein bisschen Angst davor. Ähm, gerade hier mit dem Zauberschaden. Dass der denn dann doch... Dass der so die Mittel hat, seine Kreaturen dann doch zu buffen. Und dann, äh... Gib ihm. Also... Oh, du ziehst eine Karte, ne? Wenn das passiert. Eine Karte noch. Krieg mich damit kaputt. Zieh noch eine Karte? Ehrlich? Und der nächste geschmolzene Riese. Sehr schön. Ähm... So. Da ich nicht resetten kann. Aber ich den weghaben will. Mach ich aber jetzt folgendes. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen... Scheint dem einen oder anderen zu früh zu sein oder so. Aber, ähm... Der verliert ab nächster Runde eh. Schaden. Deswegen. Doch. Ich heile. Und der kommt weg. Was sind seine größten... Stärken? So, und jetzt fängt das an. Bam, bam, bam. Sein normaler Zug. Drei hinterher. Vierundzwanzig. Er ist gleich wieder da, wo er vorher war. Wir haben noch zehn Karten. Wenn er jetzt nicht bei ihm läuft, dann... Was hast du da? Zieh die Baffen? Willst du Karten ziehen? Mach mal, Adalas. Dich heilen. Ah. Ah. Gehen dir nicht die Karten aus? Acht Schaden kannst du machen pro Runde. Er hat mit Sicherheit noch einen Seeler entziehen auf der Hand. Oh, ich würde nicht alles auf einmal ausspielen. Wenn ich nämlich einen Giftsamt ziehe, so wie jetzt... Kannst du gleich aufgeben. Gut gespielt. Das war's für den. Der gibt auf. Wäre zwar schade, weil... Wird erst noch richtig interessant in der nächsten Runde. Komm, gib nochmal ab. Irgendwas hast du noch. Lord Yaraxxus. Das ist ja geil. Dann bring dich mal auf 15 runter. Dann tust du mir einen Gefallen mit. Er greift nicht an. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ist das schön. Erst zieht man leider selber. Dann der Gegner. Fünf. Sechs. Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Und tschüss. Ah, Handlock. Bam. Sieben. Acht. Wir hätten ihn nochmal auf die Hand nehmen können. Und wir hätten uns weiterheilen können. Perfekte Situation. Er hat gar keine Chance. Er hat nichts mehr, was er machen kann. Komplett außer Reichweite. Das war ein schönes Matchup. So, und ich hoffe euch hat das Spaß gemacht, hier mal zuzugucken bei einer ganz anderen Spielweise eben mit einem Mildruiden. Und vielleicht habt ihr da selber noch Ideen dafür oder so. Würde ich mich freuen, wenn ihr mir was drunter schreibt. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.